Leute, ich spiele zum allerersten Mal die Minecraft 1.21 Version. Es ist ein verdammt chaotischer Start gewesen, ihr habt davon nichts wegbekommen, seid froh. Alex, ich würde sagen, wir gehen... Oh, ich habe einen Portier gefunden. Okay, das ist leer. Wollen wir zusammenarbeiten? Ich würde in den Westen gehen. Ja, ist mir eigentlich relativ egal, ob du mit mir gehst. Ich habe halt nichts, ne? Okay, machen bitte ganz gut seine Koordinaten durch. Ähm, 80 und minus 80. 80 minus 80. Ja, genau, und ich gehe gerade auf diesen Berg da hoch. Oh, hier ist ein Stein, ja, okay, dann kann ich hier gleich aufschlagen. Dann lass uns einfach treffen, Digga, also wenn wir zwei im Team sind das. Aber wir machen das jetzt einfach, das passt schon. So, die hier wird sich aufgehoben. So, jetzt gehen wir erstmal in den Berg hoch. Es wird dunkel, scheiße, wir brauchen Schafe. Da ist eine Kuh, da ist auch eine Kuh da oben. Das ist ein Spieler. Oh, da ist ein Schaf. Okay, ja, komm, tut mir leid. Okay, solange wir keinen Schaden kriegen, kriegen wir auch keinen Hunger. Heißt, wir versuchen einfach keinen Schaden zu kriegen. Okay, geil, da unten sind verdammt viele Schafe. Wir kriegen das einfach schon irgendwie hin. Wir machen uns jetzt hier so eine kleine Höhle. So, wo bist du hier? Also, ich bin jetzt bei minus 150 und minus 100. Oder ich kann nichts machen, ich muss hier die ganze Zeit durchrennen. Also, minus was, was ist das? Minus 150 und 100. Ne, minus 150, minus 100. Oh, sorry. Bist du ne vom Wasser? Ja. Ich müsste da nochmal ganz kurz weg, also ich müsste mich nochmal ganz kurz einbauen. Ja, genau, ich bin hier, Arley. So, ich muss halt das weg. Äh, mein Crafting Table. Ja, toll, das ist jetzt doof. Ja, gut, ich, ja, hier ist ne Höhle, wir könnten da runter eigentlich. Oh, ich hab Eisen gefunden und Kohle. Aber es ist auch drei Creeper drin. Ja, das ist... Ja, ich versuch mich da jetzt irgendwie... Die zwei probieren halt einfach null zu sterben und dann kommt... Leichter gesagt als getan. Ich hab ja, ja, zwei sind schon gestorben. Ja, beide Brüder. Ach, hier an der Seite. Nein. Oh, du bist runtergefallen. Die Creeper kommen langsam. Soll ich dir helfen? Alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab alles. Alles unter Kontrolle. Ja, hier ist gefährlich, ne? Die Situation ist jetzt etwas beschissen. Warum? Hast du keine Blöcke mehr? Doch, doch. Ich glaub, ich fahr mit auch ein paar... Du kannst meinetwegen runterkommen. Oh Gott, die Creeper. Okay, ähm... Warte, soll ich dir bisschen Steak runterwerfen? Ich hab schon ein bisschen zu essen. Hast du, wie viel hast du? Sechs. Ja, warte, dann kriegst du gleich nochmal ein bisschen was von mir. Kriegst du auch nochmal so drei von mir so? Ich muss auf jeden Fall mal das Audio ein bisschen runterstellen. Okay, das erste Eisen gehört uns. Eisen, da ist ein Creeper. Nein. Ich komm einfach mit, okay? Der ist... Oh, aber kein Eisen ist kaputt. Du stirbst nicht. Der haben wir wirklich so das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, danke für deine Information. Ja, ne? Auch, denke ich, sehr, sehr hilfreich. Wir haben jetzt full Eisen und gut Equip. Jetzt gehen wir einfach runter. Unsere ersten Dears. Also. Lass zum Loot zurück. Ja, lass zum Loot. Aber wir haben ein Stack und elf Dears. Unser Inventar ist ein bisschen dreckig. Wir waren jetzt, wie lange in der Höhle? Eine Stunde haben wir jetzt insgesamt Spielzeit. Achso, und null Tote haben wir auch. Beide noch. Jeder hat 37 Dears. Wir fangen beide an mit Schuhen, okay? Und wir zählen dann von 3, 2, 1. Und dann haben wir dann beide gleichzeitig im Inventar, okay? Okay, ja, warte, sag. Drei. Hier runter. Zwei. Eins. Wir sind full Deer. Warte, ich mach sogar Shader an fürs Bild. Jo, wir schicken dann beide einfach rein. Leute, guckt mal in Chat rum. Oh, du bist scheiße. Echt der Adris, ne? So, und ich hab so einen Sattel und wir können dann hier ein Pferd finden. Was ist der nächste Step? Was machen wir jetzt nix? Ich hol jetzt erst mal ein Pferd. Ja, das Pferd ist sogar relativ schnell. Wir haben jetzt hier ein Dorf gespottet und da reiten wir jetzt einfach mal hin. Wir haben beide jetzt Pferde und dann hoffen wir mal, dass da noch keiner war, ne? Ich hoffe, es ist angerührt. Also, hier sind noch überall Tiere. Hier sind welche. Echt jetzt? Hier sind welche. Echt jetzt? Oh, na. Der Lennox. Servus, Louis, Alter. Ne, der hört uns nicht. Warte, wir gehen mal aus der Gruppe raus. Guten Tag. Ach, er ist in der Gruppe. Hallo. Hallo Lennox, hallo. Schön, guten Tag. Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Ey, machen wir. Alles in Ordnung. Wir haben jetzt gehofft, dass hier keiner ist. Lass in mich gleich. Nein, nein, ich bin hier und mit Ben. Du bist schon full Decker, aber du hast gar nichts. Bro, ich bin verrengt. Ich hatte fast eineinhalb stecks Eisen, aber ich bin verrengt. Warte, ich hab ne Eisenrüstung. Warte mal, hier. Ihr Schwert kriegst du auch? Ey, Ben ist gleich full Deer. Ach so, ja, okay. Ja, ich hab Eisen. Ich hab noch einen Goldapfel, aber ich glaub, den behalte ich selber. Ey, Elian, ich verschenke meine einfach an jemand anderen. Ja, wir gehen wieder in die Gruppe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt bleiben noch so eine halbe Stunde gestehen. Eli, ich hör dich noch, ne? Ich weiß. Dann reiten wir weiter, ne? Und suchen wir eins. Ich glaub, da hinten sitzt noch mehr als ein OCR. Ja, gut, wir können noch in Richtung Süden und Osten. Ich glaub, eher Süden. Aber da ist halt ein Wald. Ja, dann lass einfach mal in Süden. Komm, lass es probieren. Aber da hinten, hier ist ja Plains. Also, wenn wir im Süden bald nichts finden, dann gehen wir in Richtung Plains weiter da hinten. Da ist ein Dorf. Das ist so krass. Ich seh's grad auch. Also, wir haben grad darüber geredet, wenn wir hier ein Dorf finden, dann bauen wir hier und dann machen wir so eine Art Savant-Kundin. Boah, und das sieht echt gut aus, Digga. Alter. Boah, das ist sogar auf dem Berg. Das ist ja auf dem Berg. Wir sind auf der Höhe 88. Boah, Lava sind auch hier. Also, daraus machen wir jetzt echt ein schönes Parallel. Ja. Weil hier sind so viele Heubarn. Ja, wir suchen erstmal hier ein Gehege für die Pferde. Da unten ist ein schweigendes Gehege, da können wir lang. Boah, sehr, sehr, sehr geil. Ja, Schweinchen, wir können ja hier auch so eine Zucht machen. Wir müssen halt ein bisschen terraformen hier an sich und immer so ein bisschen schöner machen. Aber ansonsten passt's. Also, das ist ja eine wunderschöne Lage, kann man einfach nicht sagen. Hier ist ein Bergen. Der Fluss ist ja auch daneben. Hier ist ja auch ein Amodillo. Am, Amodillo oder Amadillo? Amadillo, ne? Amadillo, glaube ich, ja. Also, wir haben super viel geschafft. Wir haben ein Dorf gefunden. Der ist Projekt, das kleine. Das wird jetzt vielleicht zwei Wochen oder so ausgehen. Oder kommt auch an, wie lange wir Bock haben und alles. Das soll alles auf jeden Fall einen Monat. Und es wird auch im zweiten Mal weitergehen. Und das war's jetzt erstmal bei der ersten Folge, Leute. Lasst ein Abo da. Es haben immer noch 87,7 Prozent, die die Videos gucken, noch nicht abonniert. Und Leute, das geht gar nicht. Also, abonniert mal rein, bitte. Ja. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020